Die neuen Schriften des Erbauers? Karas verfasst uralte Hamaritenschriften neu. Wir wissen nur noch nicht, wozu. Ihr wollt also, dass ich es herausfinde? Ja, aber es gibt noch ein größeres Problem. Karas gibt den Angel Watch, dem neuen Turm der Mechanisten in Dayport, ein großes Bankett für den Stadtadel. Wir müssen herausfinden, was er vorhat. Ihr müsst dort sein, Garret. Heute Nacht. Mischt euch unter die Gäste. Angel Watch, ist das eure Art, euch an unsere Abmachung zu halten? Mich in den sicheren Tod zu schicken? Ist das wirklich Garret, der Meisterdieb, den ich da sprechen höre? Wenn die Gefahr für euch ein Problem ist, dann... Schon gut. Was habt ihr noch für mich? Die Sicherheitsmaßnahmen wurden angesichts des hohen Besuches zusätzlich verstärkt. Es dürfte also schwierig sein, in den Turm einzudringen. Für euch vielleicht. Verlasst euch drauf. Ich werde sicher nicht an der Vordertür klopfen. Die Dächer heißen nicht umsonst Straße der Diebe. Ich habe einige Gegenstände für euch. Macht euch sofort an die Arbeit. Und außerdem... Vergesst nicht, die Taschen der Gäste zu leeren. Findet heraus, was es mit dem Cetus-Projekt auf sich hat. Das Wort ist in letzter Zeit immer wieder gefallen. Karas hat im Turm ein Arbeitszimmer. Ich denke, dort findet ihr alles, was wir wissen müssen. Brillante Idee. Ich soll Informationen über Karas Geheimprojekt sammeln. In seinem Arbeitszimmer. Ihr erinnert euch doch, wer der Feind ist. Oder etwa nicht Garret? Wenn eure Informationen nicht richtig sind und ich hier für nichts mein Hals riskiere, betrachte ich unsere kleine Abmachung für beendet. Und ihr könnt mir diese Frage noch einmal stellen. Party Time! Und einer der etwas aufschlussreichenden Missionen. Also auf jeden Fall nach dieser Mission werden wir auf jeden Fall total fertig sein. Ich gehe erstmal durch die Schwierigkeitsgeräte durch. Die Mechanisten möchten ihren Kopf. Gehen sie über die Dächer nach Angelwatch, damit sie nicht entdeckt werden. Übrigens interessant, denn man kann auch die Dächer verlassen. Ich habe es geschafft, sogar lebendig mal auf die Straßen zu kommen. Aber sobald man den Boden berührt, ist die Mission verloren. Also da müssen wir wirklich drauf bleiben. Dringen Sie in Angelwatch ein. Durch die Luke auf der Ostseite sollten Sie unbemerkt ins Innere des Gebäudes schlüpfen können. Gibt glaube ich auch nur einen Eingang. Finden Sie heraus, warum Karas einen Ball veranstaltet. Brechen Sie in Karas Arbeitszimmer ein und suchen Sie Informationen über das Cetus-Projekt. Finden und lesen Sie Karas letzten Eintrag in das neue Buch der Glaubenssätze des Großen Abbaus. Hatten wir in der Kathedrale übrigens auch gehabt. Also eine der Glaubenssätze. So, in wärmenden, warmen Nächten gibt es unzählige offene Fenster. Nutzen die Gunst der Stunde und arbeiten Sie liebesgut im Wert von 57. Was Sie natürlich jetzt im Schwierigkeitsgrad erhöhen wird. Wenn Sie alle Ihre Aufgaben erfüllt haben, verlassen Sie Angelwatch und ziehen Sie sich zum Glockenturm zurück. Da, wo wir auch starten werden. So, mal gucken. Was haben wir hier? Hier haben wir 1100 auf Hard. Äh, blablabla. Ich sag, ich bin kein Mörder. Töten Sie keine Unbewaffneten. So, und jetzt auf Experte. Ändert sich halt auch nur bedingt, dass wir noch mehr, äh, klauen müssen. Sie behaupten, der Beste zu sein. Beweisen Sie es. Nehmen Sie den Highway der Diebe und erbeuten Sie Diebesgut im Wert von 1550. Ein wirklicher Profi hinterlässt keine Spuren. Töten Sie niemanden. Und genau das will ich auch versuchen. Ich versuche möglichst keine Spuren zu hinterlassen. Das heißt, wir versuchen natürlich auch wieder keine Chaos zu machen. Was in dieser Mission verdammt schwer sein wird. Das kann ich euch jetzt schon veranstalten, äh, veranstalten, wollte ich gerade sagen. Ähm, kann ich euch jetzt schon verraten. So, dann gehen wir mal ins Menü. Ich gucke gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Der Rest bleibt so. Also sehr viel Zeug, was wir machen müssen. Und ich kann jetzt schon verraten, dass es wahrscheinlich mehr als ein Part wird. Wenn ich das jetzt hier aufnehme. So, wir haben ja 22.005. Äh, was 22.005? 2.205 haben wir zusammen erbeutet. Sehr viel Geld. Das ist fast das Gesamtgeld, was wir in der letzten Mission kriegen können. Tipp für Ausrüstung. Beutetipp, dass alles Schwachsinn brauchen wir nicht. Efeu-Pfeile haben wir drei erreicht. Ehech, Wasserpfeile werden wir brauchen. Moose-Pfeile werde ich massig brauchen. Die sind mir sogar am wichtigsten, finde ich. Wasserpfeile werde ich brauchen. Was haben wir denn noch? Wir haben nicht eine Blitzbombe. Das ist schlecht. Wir haben nicht eine Blitzbombe. Jetzt haben wir 20 Wasserpfeile. Hm, man kann auf jeden Fall auf dem Weg noch Unsichtbarkeits-Pfeile finden. Lärmpfeile werden wir definitiv einen benötigen. Wobei, ich ihn mal nicht kaufe. Ich glaube, ihr könnt noch einen so kriegen. Ansonsten nehmen wir normale Breitkopfpfeile. Denn davon haben wir komischerweise genug. Genauso wie diese Froscheier. Wurden waren Vektorias Agenten unter großem Aufwand in die Stadt geschmuggelt. Wenn sie ein Froschei werfen, stürzt sie ein Froschmonster auf ihre Gegner. Die kennen wir nämlich ganz gut, die ist für Froschmonster. Die hatten wir in Ziv 1 gehabt. Diese kleinen, quarkenden Viecher. Die explodieren, wenn man sie berührt oder wenn man auf sie schießt. Können wir jetzt gegen unsere Gegend einsetzen. Und ich glaube, wenn wir das einsetzen, ist es nicht mal Mord. Aber ich werde es trotzdem nicht machen. Hier haben wir eine Passage aus den Schriften. Das können wir dann lesen, wenn wir die Mission starten. Mienen brauchen wir nicht. Ich würde gerne eine Blitzbombe kaufen. Am besten eine wenigstens. So, und der Rest geht in die Wasserpfeile. So, und das war's. Los geht's. Und wir haben Nebel. Finde ich interessant. Hey, von hier oben sieht die Stadt ja richtig einladend aus. So, da unten haben wir die Straßen. Und auch schön, dass hier auch Leute langlaufen. Das macht sie ein bisschen authentischer. So, erstmal die Wasserpfeile hier schnappen. Jetzt dürfen wir natürlich auch überall mal in die Häuser einbrechen nebenbei. Und das ist, wie gesagt, der Glockenturm. Und hier müssen wir zurückkehren, wenn wir alles erfüllt haben. Was die Sache nicht leichter macht. Und die Mission länger. So, da ist eine besoffene Wache. Siehe an der Flasche hier. So, ich mach mal Licht an, dass ihr alles seht. Ich versuche mal, den zu bestehlen, ohne dass das mitkriegt. Okay. Wenn ich dieser Straße nach Norden folge, komme ich schnurstracks zum Turm der Mechanisten. Und da haben wir jemanden, der uns beobachtet. Sieht aus wie einer unserer Hüterfreunde. So, ich gucke mal kurz auf die Karte. So sieht sie aus. Hier haben wir, wie gesagt, die ganzen Orte nebenbei, die wir abgrasen können. Was ich wahrscheinlich auch tun werde. Ich glaube, ich werde dieses Video, beziehungsweise diese Videos in zwei Abschnitte teilen. Einmal, das wird komplett Angelwatch sein. Wo wir halt drinnen sind. Und das andere wird die Stadt selbst sein. Weil es so viel zu holen gibt. Es lohnt sich nicht, das Zeug nachträglich zu holen. Weil es sehr viel Zeug gibt, was man nicht mit einem Schwung kriegt. So. Mal sehen, ob ich die Wache K.O. schlagen muss. Wow. Moment, da laden wir mal kurz. Ich glaube, den müssen wir erstmal gucken, ob der sich umdreht. So. Warte mal. Achso, warte mal, das war ja hier. Ich könnte, wie gesagt, jetzt umbringen oder K.O. schlagen. Aber ich versuche es möglichst mal ohne. Oh. Genau zu meinen Füßen. Okay, er dreht sich um. So, mal sehen, wie er sich dreht. Schönes Bild. Komm, dreh dich um, Mann. Das verdammte Jaguar-Dienst. Ich werde mit meinem Finger auf ihn zeigen und sagen, es reicht. Ja. Das werde ich tun. Nicht schon wieder. So. Jetzt wird er sich wahrscheinlich wieder so rumdrehen. Hoffentlich. Nie, ma. Falscher Alarm. Wie gesagt, ich versuche es wirklich ohne Chaos zu machen, weil es wäre so einfach, aber wie gesagt, wir wollen es ja nicht einfach haben. Komm, dreh dich um, Mann. Dreh dich um, du bist uninteressant. Komm. Du in deinem roten, komischen Kleid. Ich weiß, es ist ein Kilt. Achso, jetzt dachte ich, er dreht sich um. Jetzt ist nur die Frage, wie er sich umdreht. Dreht er sich jetzt so rechts um und dreht er sich links um? Man kann das ganz gut ausnutzen. Es sei denn, wir rennen einfach vor. Wobei... Wo kommt ihr her? Wow. Deine Wurst ist eine großartige Zielscheibe. Wir hätten auch einfach so raussprengen können. Gut, er kann uns ja eh nicht hinterher. Gut. Und hier in diesem Haus kann sich der Weg teilen. Also da kann man zwei Wege gehen, um nach Angelwatch zu gelangen. Wir müssen, wie gesagt, beide Wege versuchen zu gehen. Oh, das war knapp. So, wir gehen mal nach oben. Hoffentlich hat das keiner gehört. So, den Heiltrank mitnehmen. Dann wird die Wache wahrscheinlich gleich wieder hier hochkommen, oder? Kommt er? Ich bin voll im Licht. Ich würde jetzt gerne in den Fenster raus, aber ich lasse es lieber. Hallo. Wache. So, jetzt geht er hoch. Ich hoffe nur, er geht hier nicht rein. Ich wollte den Heiltrank mitnehmen. Eigentlich brauchen wir ihn nicht. So, wir müssen nämlich jetzt hier ganz gleich... Oh Gott. Start- und Modus. Ein Glück, dass es so dunkel ist hier drin. Oh. So, er dürfte ja theoretisch... Ihr seht ja, es ist Fliesentreppe. Sehr schön eigentlich, so eine Fliesentreppe, aber verdammt gefährlich. So, wenn er gleich da abhaut. Was ist denn da drüben los? Oh Gott. Hat er mich gesehen? Ich will den Efeufeier jetzt nicht rausholen. Verstecken nützt euch gar nichts, Dieb! Ach man, wir müssen hier hoch. Oh. Was war das? Ich vertraue denen irgendwie nicht. Ich vertraue denen irgendwie nicht. Wir müssen jetzt versuchen, hier oben lang zu kommen. Damit können wir den einen Weg gehen. Wir hätten jetzt das Fenster nehmen können, damit geht man den anderen Weg. Aber von der Seite ist es halt sehr blöd. Wobei es glaube ich egal ist. So, wenn der jetzt die Tür zumacht, dann hauen wir ab. Immer die Tür zumachen. Wie gesagt, die haben ja die schönen Efeufeile. Hier sehen wir sie übrigens nochmal. Richtig schön, weil die auch auf Metall funktionieren. Das ist natürlich sehr vorteilhaft für uns. So, jetzt können wir hier ein bisschen kaputt machen. So. Und ich glaube in der Demo von Thief 2 konnte man diese Mission hier spielen. Deswegen ist die so bekannt. Halt, warte mal. Hier war doch ein Knopf, oder? So, machen wir das Licht an. Wir können auch ein bisschen Zeug klauen. So, ein bisschen essen. Und hier ist ein Geheimgang. Oh, ist ganz schön neblig draußen. Richtig neblig. So, und hier haben wir auch etwas sehr Bekanntes. Und zwar unseren Sunburst. Warte mal, wie heißt das? Sunburst Device. Mit dieses Ding haben wir damals in Thief 1 das Kathedralentor zerstört. Hier werden wir ihn auch wieder benötigen. Tagebuch eines Sterndeuters. 67. Abend der Beobachtung. Ich halte es nicht mehr aus. Seit meiner ersten Beobachtung dieser entfernten Kugel, dieses wunderbaren blauen Juwel, weiß ich, dass meine Zeit hier in der Stadt abgelaufen ist. Wieso sollte ich in diesem Sumpf aus Räuberei, Korruption und religiösen Fanidantismus ausharren, wenn eine neue Welt, die nur darauf wartet, erforscht zu werden, so greifbar nahe ist? Meine Abreise steht fest. Nichts mehr, äh, äh, fast nichts mehr im Wege. Trotz eines unbedeutenden Rückschlags, äh, Rellick war wirklich ein guter Diener und ein hervorragender, äh, Laborhelfer. Mir blutete das Herz, als ich seine Eingeweide von einer kolrosen Statue am Marktplatz abgekratzt habe. Und was das Schlimmste ist, meine falschen Berechnungen haben zum Tod des Jungen geführt. Wie konnte ich nur so dumm sein? Der wissenschaftliche Ansatz war richtig, da bin ich mir sicher. Mit meinem patentierten Sonnenschubantrieb, also in der Sunburst-Device, einen überaus mächtigen Explosionsantrieb, kann eine schwere Holzkiste mühelos die Distanz zu den Sternen überwinden. Wie dumm von mir, dass ich die schützende Bleischicht vergaß. Doch das ist Vergangenheit und ich darf keine Zeit verlieren. Meine neue Assistentin, ein betrunkenes altes Weib namens Hilde, ist bereit für den Testflug. Der Sonnenschubantrieb wird unter der Kiste angebracht und aus sicherer Entfernung gezündet. Hilde wird dann als erster Mensch die wunderbare neue Welt erblicken. Sobald sie dort angekommen ist, teilt sie mir mit Rauchzeichen mit, ob ich ihr gefahrlos folgen kann. Natürlich ist sie im Moment etwas nervös. Aber ein Gläschen selbstgebrannter Gin sollte ausreichen, damit sie ihre Angst vergisst. Zu den Sternen! Klingt sehr interessant, also hier will auf jeden Fall jemand auf den Mond fliegen wahrscheinlich. Oder halt direkt zu den Sternen. Das ist sehr schön. Aber wird wahrscheinlich auch wieder nicht funktionieren. So. Okay. Los, leise. So, wieder eine Wache. Okay, der haut gerade da ab. Warte mal, ich haue mal da ab. Gab es hier etwas? Blitzbomb. Und ein Pfeil. Das ist doch super. Okay, da ist eine Wache. Der wird aber nicht hier reinlaufen. Der läuft, glaube ich, oben lang. Und in der Zeit laufen wir. Gehen wir mal nach oben. Habe ich mal den Pfeil gemobst? Nein, egal. Ich weiß nicht, was es war. So, wenn er jetzt wieder hier hoch geht, dann können wir die Mauer erklimmen. Wobei, ich glaube, das ist nicht scharf, wir fahren hier aus. Aber die Schräge könnten wir wahrscheinlich schaffen. Denn da oben ist ein Schornstein und über den müssen wir weiter gelangen. Ist eigentlich richtig cool, dass man von Haus zu Haus geht. Und alles ein bisschen dabei sieht. Und wir müssen einmal in den Kreis laufen, damit wir wirklich alles mitnehmen. Denn, wenn ich in den Agile Watch reingehe, dann möchte ich gut ausgerüstet sein. Und das sind wir nur, wenn wir alles mitnehmen. Alles andere wäre Quatsch. Und hier brauche ich, glaube ich, meinen ersten Moosfeil. Also meinen zweiten Moosfeil. Der erste war ja leider, die eine Wache nicht aufzuwecken. Letztendlich könnte man sie einfach nur K.O. schlagen. Das würde auch schon völlig ausreichen. So, war hier irgendwas zum Stehen? Oh, hier ist eine Nachricht. P. Wir treffen uns nicht mehr bei unserem Freund, dem Alchemisten. Diese lästige Schlampe hat nun schon zum dritten Mal ihre Nase an den Scheiben platt gedrückt. Keine Ahnung, ob sie ein Auge auf Grimmat geworfen hat oder ob sie nur einen Liebestrank kaufen möchte. Sie geht mir in jedem Fall höllisch auf die Nerven. Ich hätte etwas gegen dieses impotente Weib unternehmen. Impertinente, sorry. Ich schaffe es heute irgendwie gar nicht so, äh, Wörter auszusprechen. Ah. Ich hoffe nur, der, die Wache draußen kommt hier nicht rein. Ich höre sie auf jeden Fall. Wollen wir mal kurz. Ich höre sie auf jeden Fall eine Treppe laufen. Wir könnten, warte mal, wie viel Wasserpfeiler haben wir? Wir haben 27. Hm, ich will hier keine Wasserpfeiler verschwenden. Hier war es sonst nicht zu stehlen, oder? Er geht wieder hoch, okay. Okay, weiter geht's. So, hier war nur ein Topf drinnen. Nur ein Heiltrank. Schnell hinterher. Dann schaffen wir es, denke ich mal, noch an ihm vorbeizukommen. Und natürlich den Pfeil mitzunehmen. So. Ah, er hat die Tür mitbekommen. Aber macht sie nicht mehr zu. Oh! Achso, ich dachte, die Tür ist verschwunden. So, gut, wir sind jetzt auf der Hauptstraße, müssten wir sein, oder? Nee, ist, glaube ich, nicht die Hauptstraße. So, hier haben wir wieder ein Pfeil. Da in diese Richtung geht's noch Angelwatch. Doch wir werden jetzt noch einen kleinen Kreis machen. Das heißt, ich glaube, ich hab was gesehen. Also gut, was ist das? Oh Gott, was hab ich getan? Jetzt gucken wir mal kurz. Jetzt sind wir hier... Vorhin sind wir hier lang gegangen. Jetzt werden wir diesen gesamten Weg mal über diesen Weg gehen. Also an den Nekromantenturm. Übrigens lustige Sache, was es da gibt. An diese Wohnung kurz ran. Dann hier lang, an diese Road. Zu den Fieldstone-Anwesen durch. Bis zum Schloss Van Vornen. Denn da waren wir kurz davor. Wir waren etwa hier gewesen. An diesem Gebäude. Und hätten über das Schloss Van Vornen gehen können. Und das wäre der andere Weg gewesen. Man hätte alles auch so gehen können. Weil letztendlich ist Angelwatch schon da hinten. Man muss nur noch durch das Anwesen dadurch. Und das werden wir, wie gesagt, jetzt nicht... Jetzt nicht machen. Denn ich will versuchen... Alles mitzunehmen. Dadurch müssen... Dazu müssen wir leider... Ein paar Umwege gehen. So, warte mal. Ist hier irgendwas? Hier ist nichts. Oh Gott, das wird verdammt schwer. Erstmal haben wir... Das ist gefährlich. Hallo? Irgendjemand da? Ich glaube nicht. So. Vor allem, wir haben so wenig Moosfeile. Ich hoffe, wir finden noch was. Kann ich hier laufen? Ohne? Dass man mich... Macht da jemand Lärm? Wieso hat er mich mitgekriegt? Nur weil ich am Pfeil gezupft habe, oder was? Hm, das fängt ja schlecht an. Okay. Ja, ich habe das Demosfeile nicht richtig platziert. Ach, das ist so ärgerlich. Das heißt, wir müssen hier... auf ganz großer Rutschmodus gehen. Macht da jemand Lärm? Scheiße. Hallo? Irgendjemand da? Hä? Mit so einem leichten Schritt hört er mich? Okay, dann schmeiße ich noch ein Moosfeile hin. Ist mir doch egal. Ach man, nur weil wir ihn blöd platziert haben. Zum Kotzen, ey. Hallo? Ist da jemand? Ach, ist noch mehr. Zeugs. Kommt raus, damit ich euch sehen kann. Ich bin schon... Wo kommt ihr? Ach, scheiße. Ah, Mann. Er hat mich gehört, das war das Problem. Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell ist. So, warte mal. Machen wir mal hier so. Wer ist da? Kommt ins Licht, wo ich euch sehen kann. Bitte macht die Tür zu, dann kann ich hier rein. Früher... War wohl falscher Alarm. Der hat den Schlüssel. Der hat den Schlüssel, den wir brauchen. Wir kommen später wieder. Wir machen erstmal die anderen Sachen hier. So, hier unten haben wir ein Anwesen. Das machen wir auch danach. Hier müsste ich auch normalerweise jemanden Kau schlagen. Aber ich versuche es einfach auf die überraschte Weise. So, denn hier können wir natürlich noch ein paar Moos-Pfeiler katteln. Die sind alle nur schillend. Das ist die Hauptstraße. Wir wollen ja nicht runterfallen. Okay, warte mal. Hier, glaube ich, hier kriegt man noch ein paar Moos-Pfeiler. Außerdem ist dort sehr viel Ausrüstung. So, vorsichtig. Okay. Da ist einmal eine Wache da oben. Und hier ist ein kleines Tierchen. Warte mal, meinen kleinen Quick-Safe. So. Und wir haben ein Buch. Tagebuch einer Gärtnerin. Ich züchte eine neue Art von Pilzen, die mir meine neue Freunde geschenkt haben. Sie spenden tatsächlich betrachtliches Licht. Ich spiele mit den Gedanken, all meine Lampen durch Pilze zu ersetzen. Ich sehe schon Theodors dummes Gesicht von mir. Äh, vor mir. Long Daddy ist wirklich ein nützlicher Gehilfe. Heute hat er einen Borkenkäfer erledigt. Der ist auf meinen Ro... Was? Rodododon. Rodododon. Oder Rodododon, glaube ich, wurde das genannt. Abgesehen hatte. Ich kenne mich nicht aus mit Pflanzen. So. Diese kleinen Biester haben schon mehr meiner Pflanzen zerfressen, als ich aufzählen kann. Meinetwegen soll Long Daddy den gesamten Ostteil des Treibhauses einspinnen, wenn er dadurch dieses wilderliche Insekten aufhalten kann. Ich habe den Auftrag für, äh, Tis-Level einen riesigen Terrarium zu bauen. Ach, die Reichen und ihr Luxus. Anna. Und das ist Long Daddy. Das ist eine Spinne. Und hier sind die ganzen Pilze, die so hell sind. Okay, dann hauen wir mal ab. Ich glaube, der tut eigentlich nichts, die Spinne. Ich glaube, die war zahm. Es gibt leider viele Thief-Spieler, die den immer töten. Was ich nicht so verstehe. Das ist halt unwissend. So. Wir werden jetzt erstmal hier hochgehen, denn jetzt wird eine kleine Aktion gestartet. Wie gesagt, man kann... Hier ist eine... Oh Gott, das war laut. Ich kann es jetzt schon mal verraten, was uns da erwartet. Das ist da eine Waffenkammer. Und es gibt nur zwei Wege, wenn man da reinkommt, weil es gibt keine Schlossknack-Möglichkeiten, da reinzukommen. Es gibt eine Schlüssel, der sich aber in Angel Watch befindet. Und unseren Sun-Burst-Device, was extra dafür gedacht ist. Damit kriegt man diese Blechtür auf, anders nicht. So, und dafür ist das nämlich gedacht gewesen. Und das bringt... Ergibt mich keinen Sinn, es später zu klauen. Wann mal, hat der einen Geldbeutel bei sich? Nee, wa? Gut. Das heißt, wir werden er einbrechen. Das wird er mitkriegen und wir müssen dann so schnell wie möglich alles klauen und abhauen. Was ist denn los? Okay, er hat mich nicht mitgekriegt. Es scheint alles ruhig zu sein. Aber ich werde noch mal ganz kurz in den Raum reingehen, wo er herkommt, um zu gucken, ob es da noch was zu stehen gibt. Ansonsten zünden wir das Ding mit einem Feuerpfeil und brechen ein. Oh, hier ist eine Nachricht. Was steht denn da? Werther Trondheim. Es war eine gute Idee, dass ihr uns Tolle, Gambrick und Söhne empfohlen habt. Ihre Fähigkeiten sind in der Tat bemerkenswert, was unsere neue Panzertür beweist. Sie besteht aus einem Gussstahl-Eisenlegierung mit einer Titanium-Umwandlung oder so ähnlich. Diese Tür kann nur durch die Kraft der Sonne selbst gesprengt werden. Hm, Zahnbürste weiß. Im unwahrscheinlichsten Fall eines Angriffs sollen sich die Männer bei einem von uns melden, um Zugang zur Waffenkammer zu halten. Erinnert ihr euch noch an die 60-tägige Belagerung von Schloss Morendrum, alter Freund? Ah, noch einmal jung sein. Es ist schrecklich beschämend, dass wir die Wachen ihrer eigenen Waffen vorenthalten müssen. Doch ein derartiger Missbruch von Gaspfeilen werden keinesfalls geduldet werden. Ach, der arme Beric Morik. Also die... Okay, hier sind wir im Sichten. Ich glaube, hier kommen wir nicht... Warte mal, ich hab die Idee. Nee. Du legst dich mit dem Falschen... Okay, das war jetzt nur, um die Nachricht zu lesen. Das war nur, um die Nachricht zu lesen. Ähm, was mir aufgefallen ist, die Tür geht leider nach innen auf. Das heißt, es gibt keine Möglichkeit, da rauszukommen, ohne nicht gesehen zu werden. Es ist halt eben, wir warten an den Ecken. So, jetzt werde ich gleich den Feuerpfeil da zünden. Wir haben vielleicht nur zehn Sekunden oder so, bis er das mitkriegt. Oh, fuck. Also das Ding ist sehr stark. So, ähm... Laden wir nochmal. Scheiße. Echt, da sind wir sofort zerfetzt worden. Also wir müssen das Ding zünden und dann abhauen. Oh, gut. So, wie kann die abhauen? Ich kann aber auch so machen, ich zünde das Teil und gehe erstmal auf Schleichstation. Okay. Er wird's mitgekriegt haben. Was? Ist das denn eigentlich... Der ist doch taub. Was? Die Tür ist noch... Warum haben wir das Ding überhaupt dann? Das verstehe ich nicht. Ich hab's in... Ich weiß nicht, ob's an dem Patch liegt, aber ich konnte's in einer... alten Steve... Also im Original konnte ich das sprengen. Warte mal. Hab ich Minen? Nee. Ja, das hast du wieder gehört. Ah, gut. Egal. Wir kommen hier später wieder zurück. Vielleicht mach ich das noch als kleines Bonus, dass ich euch da zeige, was man hier noch kriegen kann. Aber das hätten wir gut gebrauchen können, weil da drin gibt's, glaub ich, noch ein Lärmpfeil und alles. Scheiße. Sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade. Ich dachte, das geht. Ich hab's damals aufgekriegt, so. Aber da hab ich, glaub ich, noch Minen dazu geschmissen. Eine Krippe, eine Kinderkrippe. Ich brauche hier Verstärkung, Gespenster. Ich sollte mich etwas ausrufen. Ein Bogenbart. Hallo. Ich muss hier sehr vorsichtig sein. Es ist echt schwer, ohne K.O. da durchzukommen. Ich erinnere mich, das letzte Mal hab ich's, glaub ich, nicht ohne K.O. geschafft. Ich hab das jetzt noch jeden gefunden. Wird da so eine kleine Herausforderung für mich? Der hat einen Schlüssel. Ich will den Schlüssel haben. Ach, egal. Was soll's? Den können wir auf dem Rückweg noch mitnehmen. So. So, hauen wir ab. Okay. Der läuft da lang, patrouilliert. Oh, Alter, der hat Feuerpfeile. Der hat Feuerpfeile, Alter. Das ist doch brutal. Aber das ist nicht fair. Das bedeutendste gesellschaftliche Ereignis dieser Saison. Und wir sind nicht einmal eingeladen. Ich bin ein Rotschild. Ist Ihnen das nicht klar? Ist Ihnen nicht klar, wie unglaublich bedeutend ich bin? Komisch, komisch, komisch. Irgendwas stinkt. Habe ich jetzt? Nein, ich hoffe, wir haben den Dialog nicht zerstört. Das ist so ein schöner Dialog. Wo habe ich gespeichert? Ach, hier habe ich gespeichert. Warte mal, wenn der hier noch drinne sucht, dann kann ich abhauen. So, schnell abhauen. Bevor der wieder mit seinen Feuerpfeilen schießt. Das wird ein Problem werden, weil wenn wir zurückgehen, dann müssen wir an diese dämliche Ware vorbei. Aber das ist nicht fair. Das bedeutendste gesellschaftliche Ereignis dieser Saison. Und wir sind nicht einmal eingeladen. Ich bin ein Rotschild. Ist Ihnen das nicht klar? Ist Ihnen nicht klar, wie unglaublich bedeutend ich bin? Pssst. Ich weiß, ich weiß, Liebling. Es gibt doch auch noch andere Empfänge. Abgesehen davon würden wir doch auch mit Ihrer albernen Religion nichts zu tun haben. Natürlich, Liebling. Aber es ist doch so, dass, äh, dass, ja, mein Schatz. Oh, verdammt. Sie haben die Bambelsons eingeladen. Die Bambelsons! Ich meine, die sind doch schon seit Jahren nicht mehr im engeren Kreis. Also, Frederic, findest du nicht, dass du jetzt ein wenig übertreibst? Nein, 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 nein. Ich bin Frederic Juniper Rothschild III. Und ich verdiene größere Anerkennung als, als diese bürgerlichen. Oh, das weiß ich doch, mein Liebling. Wir geben einfach unseren eigenen Ball. zur Hölle mit diesen Mechanisten und ihren Privatangelegenheiten. Die suchen doch ohnehin nur nach Geldgebern. Wir werden unseren eigenen Empfang geben und alle einladen, außer den Bambelsons. Würde dich das glücklich machen, mein Schatz. Oh, ja. Was für eine großartige Idee. Die Bambelsons. Okay, das wollte ich auf jeden Fall nochmal machen. So, jetzt sind wir am Turm der Nekromanten, sind wir jetzt. So, und hier gab es ein kleines Easter Egg. So. Und dieses Buch sollte man nicht lesen. Aber ich zeige euch gleich mal, was passiert, wenn man es tut. So, warte mal. Wir brauchen mal kurz den Fahrstuhl. So. Da geht es weiter, aber es gibt, wie gesagt, noch ein kleines Secret. Äh. Ich habe doch auf den Knopf gedrückt. Warte mal. Und nochmal. Hä? Ich habe doch auf den Knopf. Muss ich es mit einem Wasserpfeil vielleicht aktivieren? Haben die das auch geändert? Das würde mich wundern. Da stimmt irgendwas nicht. Ich glaube, ich glaube, durch den Patch funktioniert der Geheimgang nicht. Und das ist schlecht, weil hier unten ist ein Unsichtbarkeitstrank. Weil da unten ist normalerweise ein Geheimraum, aber man kommt da ja auch nicht hin. Tja, der Knopf ist gedrückt, aber es passiert nichts. Tja. Achso, ich lese mal das Buch. Das könnt ihr gleich mal sehen, was passiert. Agloras, Korant, Algimorex, Telorum, Asu und so weiter und so fort. Auf jeden Fall ist das eine Beschwörung. Und hier übrigens die Elemente wieder. Die vier Elemente, die wir ja in Civ 1 noch gesehen haben. Plus Licht und Dunkelheit. The Book of Ö. Zombie Power. Tja, gut, dass wir das Licht ausgemacht haben. Ja, ähm, das passiert, wenn man das Buch liest. So. Ähm, jetzt bin ich ein bisschen ... Ein Knopf haben wir ja gedrückt. Ich ... Ich hab Angst. Normalerweise kommt man noch eine Etage tiefer, aber ... Warte mal. Nee, halt. Der Knopf war für den Geheimgang. Den Geheimgang haben wir gedrückt, aber um eins weiterzukommen, müssen wir, glaube ich, ein Buch rausziehen. Hä? Aber wo ist das? Ist das so unten? Unten sind nur Bücher. Steck fest! Steck fest! Okay. Okay. Äh, gucken wir mal. Hier sind keine Bücher. Hier sind auch keine Bücher. Hier sind auch keine Bücher. Ich hätte gedacht. Tja, achso, da ist es. So, und jetzt können wir noch eine Etage tiefer. Und hier ist auch derjenige, der den Nekromanten-Turm geführt hat. Dir geht es nicht mehr so gut. Zombie-Köpfe. Und da hat sich eine Luke geöffnet da unten. Ein Heiltrank und eine Nachricht. Wer immer diese Zeilen findet, ich sage, lebt wohl. Da ich nicht länger in euren Reich der stinkenden Fleisches weile, meine Seele ist nun fort, für immer in der Erde, fernst jeder Furcht und Flamme. Ich verdanke meiner Einsicht dem Buch der Asche, diesen legenden, umwobenen Buch, das ich vor vielen, vielen Jahren aus der Asche längst vergessenen Könige geborgen habe. Die Seiten des Buches enthalten das Geheimnis des Lebens, des Todes und der Untoten. Die Hand verbot mir mit dem Studium der Zeilen, die schon so viele in den Wahnsinn getrieben. Doch ich vermochte, woran vor mir alle gescheitert waren. Hier übrigens, Hand, die Hand verbot mir. Das heißt, die Sekte, die Bruderschaft der Hand. Das war auch aus Tief 1 mit dem Magier-Turm. Doch sei gewarnt, dem Unwürdigen bleibt die Wahrheit verborgen. Verdunkle dein Herz oder stelle dich den Gefangenen des Fleisches. Okay. Man muss aufpassen übrigens, was man liest. So, und hier ist eine kleine Folterkammer und hier haben wir einen Unsichtbarkeitstank. Den werden wir definitiv noch brauchen. Äh. Garrett? Garrett? So. Okidoki. Dann wieder hoch. Und ins nächste Haus. Das waren übrigens die Road Shields, die wir gefunden haben davon. Mit ihren Bumble Zorns. Von denen wir aber sonst weiter nichts mehr hören, glaube ich. Ich hoffe, das hat keiner gehört. So, vorsichtig abstellen. Okay. Oh, es hört sich nach dem Bogenschützen an. Das ist ziemlich flink für eine Wache, deswegen. Äh. Es reicht. Was? Ich werde mir meinen Finger auf ihn zeigen und sagen, nicht schon wieder? bin wohl kurz eingenickt. Äh. Ja, aber ich muss da oben lang. Wenn der backt, dann ist das scheiße. Ich gucke mal, ob ich hochkomme, ohne dass er mich sieht. Oder ob der einfach nur... Alter, was ist mit dir los? Da scheint nichts zu sein. Ich glaube, der will normalerweise hier unten die Route gehen, kann er aber nicht. Hier schleicht doch nicht etwa ein Fremder rum. Und da sind auch Diebe. Ich gucke mal, ich gucke mal, ob ich hier durchkomme. La 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 la. Wo kommt ihr her? Du machst genug Lärm, um ganz Staypot aufzuwecken. Aber wenn es doch dunkel ist und ich nichts sehe. Du siehst gleich den Schaft meines Schwertes in deinem Auge, wenn du dich nicht endlich beeilst. Da drin sitzt ein Wachtposten. Die sind beide geliefert, wenn er nicht hört. Ist ja schon gut. Aber eins würde mich noch interessieren. Wollen wir das Gold oder die Juwelen? Du kannst dich nicht verhören. Wir haben Scheidfäundchen. Sehr viel Zeit. Warum wollt ihr denn alle ins Leder? Okay. Wir haben ein Problem. Wir müssen jetzt... Das ist aber blöd, wenn da so ein Bug ist. Dafür kann ich doch gar nichts. Warte mal, ich mach Krach. Mal sehen, ob die Wache gegen die Typen kämpft. Irgendwann finde ich dich. Was zum Teufel? Wir haben Zeit, Freundchen. Sehr viel Zeit. Da ist der Schurke. Ich hätte die Hunde auf dich, wenn ich dich erwische. Was mit den Wachposten? Okay, die kämpfen gerne. Okay, ich glaube, der Wachposten ist tot. Komm raus und spiel mit mir. Und ich verspreche dir, dass ich mich schnell um dich kümmere. Oh Gott. Mann, ich wollte das so nicht. Das ist voll doof mit dem Bug. Da kann ich nichts dafür, Leute, da kann ich nichts dafür. Okay, ich will doch nur das Zeug klauen und dann weg. Wir haben es fast geschafft. Wir haben fast unser, warte mal, jetzt gucke ich. Ja, wir haben es fast geschafft. Wir müssen jetzt nur noch hier durch das Fieldstone anwesend, wo wir jetzt gerade sind. Das Fieldstone anwesend ist glaube ich noch ein zweiter. Dann gehen wir zum Schluss von Hörnen. Da ist glaube ich noch ein einziger Goldsack und wieder ein kleiner Dialog. Und wie gesagt, wir müssen hier nicht durch das Anwesend von Meister Wille. Übrigens, hier gibt es ein kleines Zweitscheidgespräch, da freue ich mich schon drauf. Ja, weil hier haben nämlich schon soweit alles durch. Und dann geht es ab nach Angelwatch. Komm, geht wieder an eure Arbeit. Irgendwann finde ich dich. Nein, du findest mich niemals. Ich bin nämlich Garrett. Ich bin getarnt. Ist halt ein bisschen doof jetzt durch diesen Bug. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie nicht jetzt aufmerksam sind und gucken. Vielleicht wiederholen sie ja noch ihren Dialog. Das würde reichen, damit ich alles stehle. Mal sehen, was haben wir denn alles jetzt im Inventar? Ich brauche das aber alles für Angelwatch. Witzbomben kann ich gut gebrauchen. Ah, sind die immer noch offen. Dings. Ja, na du? Okay, ich habe eine andere Idee. Wir machen die Tür nochmal zu. Das Problem ist ja, dass die Wache mich sieht. Wir müssen nur die Wache mal kurz hier wegkriegen. Wer ist da? Kommt ins Licht, wo ich euch sehen kann. Hab ich euch. Nun rollen Köpfe. Scheiße. Das tun sie schon wieder hier hinterher. Ja, hängt die Wache so sehr fest. Es sei denn, warte mal, wir machen die Tür schnell wieder zu, oder? Wir machen einfach die Tür wieder zu. spülen. Ich habe keine Ahnung. Ich will keinen Unsichtbarkeitstrank nutzen. Und ich will ihn auch nicht K.O. schlagen. Wie machen wir das denn am besten? Okay, wir machen die Tür zu und wir locken ihn weg. Hallo? 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 Warte mal. Hier, sind wir noch ein bisschen heller? Alter? jetzt siehst du mich auf einmal nicht, oder was? was geht hier vor? Der ist doch kaputt! ein hat? wie ist es? Nein, wie Nein, wie ist es? Musik Musik